Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Max und wir sprechen heute über die Soundbeats R4 Pro. Ich würde mich über ein Like auf das Video und ein Abo freuen und jetzt viel Spaß. Fangen wir mit dem Design und der Verarbeitung an. Die Soundbeats R4 Pro präsentieren sich in einem schlanken modernen Design mit einem glänzenden Kunststoffgehäuse, erhältlich in Schwarz und Weiß. Die Kopfhörer sind leicht und kompakt und bieten dank ihrer Form, ähnlich wie bei den Apple AirPods Pro, einen sicheren und bequemen Sitz im Ohr. Auf der Rückseite jedes Kopfhörers befindet sich eine Touch-Oberfläche für eine direkte Steuerung über den Kopfhörer. Die Touch-Oberfläche ist einfach zu bedienen, aber reagiert leider etwas träge. Weiters gibt es drei verschiedene Größen von Ohrstöpseln, welche je nach Ohrform die perfekte Passform bieten. Das ovale Ladecase, ähnlich wie bei den AirPods Pro, bietet außerdem die perfekte Lösung für eine sichere Aufbewahrung und Aufladung. Zusätzlich ist zu sagen, dass die Earbuds auch IPX4 zertifiziert und damit wasserresistent sind. Das macht sie ideal für den Einsatz beim Sport oder anderen schweißtreibenden Aktivitäten. Die R4 Pro sind mit der Calcum APTX Lossless Technologie ausgestattet, die hochauflösende Sounds ohne Kompression von Standard-Bluetooth überträgt. Außerdem bietet eine aktive Geräuschunterdrückung störungsfreies Musikhören, indem sie sich intelligent an die Umgebungsgeräusche anpasst. Zusätzlich bieten sie bis zu sechs Stunden Wiedergabezeit mit einer einzigen Ladung und weitere 18 Stunden durch das Ladecase. Kommen wir zum wichtigsten, dem Klang. Die Soundbeats R4 Pro überzeugen vor allem durch ihren Klang, der in dieser Preisklasse seinesgleichen sucht. Der 13mm große Dynamiktreiber liefert einen tiefen, präzisen Bass, der die Musik lebendig und dynamisch klingen lässt, ohne dabei die Mitten und Höhen zu überlagern. Sie bleiben klar und präsent, was zu einem ausgewogenen und detailreichen Hörerlebnis führt. Was wir besonders cool ist, ist, dass die R4 Pro mit verschiedenen Musikgenres zurechtkommen. Von klassischer Musik über Jazz bis hin zu bassigem Hardstyle oder EDM. Zusammenfassend sind die Soundbeats R4 Pro eine hervorragende Wahl für alle, die qualitativ hochwertige Kopfhörer zu einem erschwinglichen Preis suchen. Sie bieten eine außergewöhnliche Klangqualität, eine komfortable Passform und eine solide Akkulaufzeit. Mit ihrer Kombination aus modernem Design, innovativen Funktionen und beeindruckender Leistung bieten sie ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für Audiophile mit einem begrenzten Budget und alltäglichen Nutzer, die eine großartige Hörerfahrung suchen, sind die Soundbeats R4 Pro eine klare Empfehlung. Und das war's von mir. Danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu abonnieren und das Video zu liken. Und wenn es euch gefallen hat, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!